Heute geht es um die FED, um Zinsen und um die Religionsgemeinschaft Bitcoin, die das erste Mal leichte Kursrückschläge hinnehmen muss. Jene Religionsgemeinschaft Bitcoin, die ja anderen immer unterstellt, wenn man nicht Bitcoin für die Lösung aller Probleme hält. Du hast Bitcoin nicht verstanden. Das ist in etwa so, als wenn ein Zeuge Jehovas an meine Tür kommt und mich unbedingt von seiner Religion überzeugen will. Und ich sage, nee, ich glaube halt nicht an Gott. Dann sagt er, du hast Gott nicht verstanden. Ziemlich sinnfrei. Es ist eine Glaubensfrage. Manche sind eben gläubig und das ist okay so. Andere sind nicht gläubig. Aber denen zu unterstellen, du hast keine Ahnung, wie das immer wieder in YouTube-Kommentaren zum Beispiel geschieht. Ich kann mich erinnern, Meme-Aktien, GameStop habe ich immer skeptisch gesehen. Viele Jünger, vor allem Jüngere waren das, die Blasen noch nicht so wirklich erlebt hatten, waren also felsenfest davon überzeugt, dass das die Lösung, dass das das neue heiße Ding ist, etc. Inzwischen ist das Ganze kollabiert. Genauso die Religionsgemeinschaft Tesla. Weitgehend kollabiert die Vorstellung, dass Tesla alles sozusagen dominieren wird. Da waren die felsenfest überzeugt. Jetzt sind alle Bitcoin-Jünger mehr oder weniger felsenfest davon überzeugt, dass Bitcoin to the moon geht und alles andere massiv in den Schatten stellen wird. Wir werden sehen. Erstmals lässt die Nachfrage nach Bitcoin-ETFs nach. Aber wir haben heute Fettag natürlich. Und wir wollen uns die Dinge mal anschauen. Alles wird natürlich hier auf Cheromi Paul gucken. Und die Frage stellen, wie wird jetzt der weitere Ausblick sein, dass heute die Zinsen nicht sinken, ist klar. 99% Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen unverändert bleiben. Sogar 96%. Dass auch am 01.05., also bei der dann folgenden Sitzung, nichts passieren wird. Erst am 12.06. könnten die Zinsen sinken. Also das ist jetzt nicht das Entscheidende, dass die Fett die Zinsen heute unverändert lassen wird. Aber wir hatten ja zwei Inflationsdaten zuletzt, also zwei Monate von einer höheren Inflation. Und so sagt die Deutsche Bank, ja die Inflation ist sticky und das schiebt jetzt die Fett immer mehr hin in diesen Wahlkampf. Denn, so sagt die Deutsche, wir glauben nicht, dass die Fett im September, also relativ kurz vor den Wahlen, nochmal die Zinsen senken würde. Insgesamt wird es wichtig sein, zwei oder drei Zinssenkungen, die in den Dotplots entworfen werden. Wir haben in dieser Sitzung die Projektionen über Inflation, über Wirtschaftswachstum und die Dotplots, also die Erwartung der Fettmitglieder, wie sich die Zinsen entwickeln werden. Dazu gleich mehr. Und im Fokus dann vielleicht auch das Tempo der Bilanzreduzierung. Hier sagt Kopenhagen, naja wir erwarten ab Mai, dass die Bilanzreduzierung von monatlich 60 Milliarden Dollar auf monatlich 30 Milliarden Dollar nach unten geschraubt werden könnte. Also es sind schon einige Fragen, um die es hier geht. Aber eins ist klar, die Sorge vor einer wieder anziehenden Inflation hat jetzt so ein bisschen wieder Überhand gewonnen, war ja eine Zeit lang überhaupt kein Thema. Disinflation, alles klar, null Problem. Jetzt sieht man darin das höchste Risiko seitens der befragten großen Manager. Und worin sieht die Fett das größte Risiko? Das wird sehr interessant sein zu beobachten, denn auf der einen Seite sieht man schon leichte Abschwächungen, etwa am Arbeitsmarkt, Arbeitslosenquote ist gestiegen. Auf der anderen Seite sehen wir nach wie vor ja eine relativ robuste Wirtschaft in der Summe, zumindest was die offiziellen Zahlen betrifft. Wir sehen auf der anderen Seite eine hohe Inflation weiter im Dienstleistungssektor. Man fürchtet ja jetzt auch im Gütersektor, die Inflation sich beschleunigen könnte. Hier ein Artikel von Nick Timmerer aus dem Mouthpiece der Fett, der sagt, die Fett ist ein bisschen in zwei Lager gespalten. Die einen fürchten Rezession und sagen, irgendwann könnte es zu spät sein, dass wir die Zinsen senken. Andere sagen, nein, nein, lasst uns nicht die Zinsen senken. Das Risiko ist größer, jetzt schon zu senken. Die Gefahr, dass dann die Dinge wieder in die andere Richtung laufen, die Inflation wieder anzieht, wir dann wieder von vorne anfangen müssen, die sei zu groß. Hier im März, 7. März, vor dem Abgeordnetenhaus war es, glaube ich, oder vor dem Senat, hat der Schirumi gesagt, ja, wir warten noch, bis wir das Vertrauen haben, dass die Inflation in Richtung 2% geht. Und er hat dann eben gesagt, we are not far from it. Also wir sind nicht fern von diesem Vertrauen. Jetzt haben wir aber wieder gesehen, dass die Inflationsdaten höher waren als erwartet. Erzeugerpreise relativ deutlich gestiegen sind. Hier sehen wir unten mal die Inflationsdaten zum Vormonat. Die Januar 0,3, Februar 0,4. Also wir haben relativ starke Steigungen jeweils zu den Vormonaten. Der Trend geht erstmal wieder nach oben. Und so gibt es schon einige am Markt, die jetzt wetten, nein, in 2024 werden die Zinsen gar nicht gesenkt. Das war vorher eine absolute Außenseiterwette. Das wird jetzt immer mehr. Wir haben heute ja auch, oder gestern hatten wir Wichsverfall. Das könnte markttechnisch eine Rolle spielen. Aber hier sehen wir mal diese veränderten Erwartungen. Mitte Januar hat man 6 bis 7 Zinssenkungen erwartet. Jetzt sind es knapp 3. Um und bei 3 geht also kontinuierlich weiter zurück. Aufgrund höherer Inflationsdaten und nach wie vor einigermaßen robuster Wirtschaftsdaten. Und so sehen wir Zinserwartungen fallen. Lange war das relativ parallel zu den Aktienmärkten hier im Nasdaq. Aber jetzt ist diese Lücke so gigantisch groß, weil man eben KI-Euphorie spielen konnte. Und gesagt hat, egal, wir haben Nvidia und so weiter. Aber wir sehen beim Nasdaq schon erste kleine Seltsamkeiten. Dazu gleich mehr. Nochmal hier die Fed. Nehmen wir mal an, die Dotplots, also das was die Mitglieder erwarten, würde sich nicht ändern. Also die Fed würde weiter ausgehen von 3 Zinssenkungen. Dann wäre das wahrscheinlich hier erstmal ein Faktor, der leicht positiv für die Märkte wäre. Der Kult-Altrichter zeigt hier mal, in diesen Dotplots vom Dezember hatten die Fed-Mitglieder die Zinsen am Ende des Jahres bei 4,265% erwartet, sprich 3 Zinssenkungen. Was aber, wenn jetzt dabei rauskommt 4,875, das wären nur 2 Zinssenkungen. Das wäre ein ziemlicher Schock für die Märkte. Man rechnet nicht so wirklich damit, kann es aber nicht ausschließen. Aber nehmen wir mal an, das Basisszenario tritt ein. Also die Fed geht weiter von, oder in den Dotplots wird weiter davon ausgegangen, dass die Zinsen vielleicht dreimal sinken. Dann wäre das letztendlich vielleicht erstmal so ein Erleichterungsmoment für die Märkte, dass man sagt, naja, also die höheren Inflationsdaten aus Januar und Februar haben die Fed jetzt nicht noch rockischer gemacht. Das ist doch positiv. Wir würden dann vielleicht ein kurzes Auferpoppen sehen, würden fallende Renditen sehen, fallenden Dollar sehen. Das würde das bullische Momentum, wie Kurt Altrichter hier sagt, am Laufen halten. Aber es wäre kein neuer bullischer Catalyst, kein Katalysator für eine neue bullische Bewegung. Mal sehen, wie es passieren wird. Eins ist klar, wir sehen, wenn wir jetzt mal zu Bitcoin kommen, das heute zwischenzeitlich unter Druck ist, zwischenzeitlich unter 61.000 Dollar gefallen, hat sich dann wieder in Richtung 63 erholt. Aber hier sehen wir, Demand for US-Bitcoin ETFs is faltering. Wir sehen also, diese Geschichte, die scheint jetzt so ein bisschen ihren Hochpunkt, nämlich die Nachfrage nach diesen Bitcoin ETFs, ihren Hochpunkt überschritten zu haben. Aber eins ist immer wieder auffällig, wie gestern ein Kommentar. Nun, Herr Fugmann, das Thema Bitcoin sollten Sie für die Zukunft besser ausklammern, da Sie ganz offensichtlich Bitcoin nie verstanden haben. Also alle, die nicht gläubig sind und Bitcoin für die Lösung aller Probleme haben, die haben Bitcoin nicht verstanden. Das sind also die Erweckten, die Hellseher, die verstehen, andere verstehen nicht, sonst würden sie verstehen, dann wären sie große Fans, werden große Gläubige, der große Bitcoin-Gott. Also das ist so ein bisschen diese Idiotie, dieses Dümmliche, was mich nervt. Und wer schon gläubig ist, der kann gläubig sein, aber wenn andere nicht glauben, dann sollte er ihnen nicht unterstellen, dass sie halt nicht verstehen, um was es hier geht, sondern sie glauben halt nicht. Bitcoin hat keinen inneren Wert. Ich glaube, das kann man zugeben. Basiert darauf, dass andere ihm einen Wert zuschreiben und bereit sind, zu einem höheren Preis von Fiat-Geld mir dieses Asset abzukaufen. That's pretty much it. Viele glauben dran, andere glauben nicht dran. Und ich werde nicht aufhören, über Bitcoin zu sprechen, weil es nicht darum geht, ob ich es verstanden habe, sondern ich beschreibe vor allem eben diese Mentalität, die dahinter steht, diese Religionsgemeinschaften, die letztendlich hier immer wieder zum Vorschein kommen. Michael Saylor kauft Bitcoin, er wird einen Teufel tun, auch nur einen einzigen Bitcoin zu verkaufen, denn er hat Bitcoin verstanden. Auch wieder so ein dümmlicher Satz. Das ist jemand, der im Prinzip ein Schneeballsystem aufzieht, so viel Bitcoin kauft wie möglich, das Ganze noch auf Pump. Und das Ganze geht so lange gut, wie der Preis steigt. Wenn der Preis unter Druck kommt, dann wird er gezwungen sein, Bitcoin zu verkaufen, weil dann der Margin Call wahrscheinlich nahe ist. Ich weiß nicht, wie er es gekauft hat. Normalerweise musst du ja nicht alles hinterlegen, wenn du einen Bitcoin kaufst, je nachdem, wie du es machst oder worüber du es machst. However, er wird wahrscheinlich später gezwungen sein, Bitcoin zu verkaufen, ob er will oder nicht. Aber natürlich hat er Bitcoin verstanden und versucht deswegen so viele Bitcoin zu bekommen wie möglich. Ich kenne Leute wie Marc Friedrich persönlich oder Roman Rea, den Blogtrainer. Alles Bitcoin-Gläubige, super nette Leute. Und die haben ihre Gründe. Ich gönne ihnen das, das ist völlig okay. Aber es gibt eben andere, die sind nicht gläubig. Und das ist auch okay. Akzeptiert das bitte mal. Das ist wirklich anstrengend, immer mit diesen Religionsgemeinschaften, die latent intolerant sind. Alle, die nicht sozusagen an meine Religion glauben, an meinen Monotheismus glauben, die haben es natürlich nicht verstanden. Das ist wirklich intellektuell ziemlich schäbig. Manche hat es dann auch ein bisschen erwischt hier auf dieser einen Bitcoin-Plattform. Die Bitmax, wo es auf 8.900 Dollar nach unten ging. Jetzt gibt es Untersuchungen, was da eigentlich passiert ist. Es war ein Flash-Crash. Aber es geht auch hier bei Supermicro nach unten. Supermicro-Computer. Auch in diesem Umfeld KI zunächst mal. Hier wollte man 2 Millionen Aktien ausgeben. Das wusste man dann verschieben, nachdem die Aktie schwer unter Druck war mit diesem Fahnenstangenanstieg, der jetzt möglicherweise so ein bisschen in sich zusammenfällt. Gilt das auch für Bitcoin? Hier sehen wir mal MicroStrategy, um wieder die Brücke zu Bitcoin zu schlagen. Michael Saylor hat ja jetzt wieder gekauft, für 623 Millionen Dollar Bitcoin gekauft. Insgesamt gucken wir uns mal MicroStrategy an. Die Aktie hat eine Marktkapitalisierung von 25,5 Milliarden Dollar. Man hat Bitcoin im Volumen von 14 Milliarden Dollar. Jetzt geben wir mal der Firma eine Bewertung von 2 Milliarden Dollar, die sie mit ihrem fast nicht existenten Geschäft sonst hat. Dann wäre das immer noch eine Lücke von 9 Milliarden Dollar. Wo können die hin sein? Wie kommen diese 9 Milliarden Dollar? Das ist die große Frage. Es ist eine Blase, eine riesige Blase. Und dieser Typ weiß genau, wie er diese Blase reitet. Er selber verkauft ja jeden Tag seine Aktien. Er ist auf der sicheren Seite. Die Leute, die da rein investieren, in seine Aktien sind es nicht. Wir sehen hier Abflüsse oder zwischenzeitlich waren wir sehr stark unter Druck. Es ändert sich bei Bitcoin ja sehr schnell. Grayscale, dieser ETF oder Bitcoin Trust, genauer gesagt, da massive Abflüsse eben, weil das Ganze ziemlich teuer ist. Die Gebühren sehr, sehr hoch sind. Aber wir sehen, diese Grayscale-Abflüsse, die scheinen den Kurs zu belasten. Aber dennoch natürlich diese parabolischen Anstiege bei Supermicrocomputer, Nvidia, MicroStrategy, alles natürlich geschuldet einer Euphorie. Ich habe hier nochmal zusammengestellt die Stimmungsindikatoren. Positionierung der Vermögensverwalter, höchster Stand seit 2021. Investor Intelligence, Stimmung in Börsenbriefen, höchster Stand seit 2017. Vieren Greed Index auf gierig. Ganz wenige sind nur noch bärisch bei den private Kunden. Charles Schwab, Trader-Sentiment so bullish wie seit 2021. Nicht mehr 2021 wurde dieser Indikator von Charles Schwab erst lanciert. Bank of America, die Investoren sind bereit, so hohe Risiken zu nehmen wie seit November 2021. Nicht mehr Goldman's Equity Position Indicator auf dem höchsten Stand seit März 2021. Also an Pessimismus sterben die Märkte derzeit nicht, könnte man sagen. Sind alle ziemlich klar in einer Richtung positioniert. Die Konzentration in den wenigen Top 10 Aktien hat jetzt einen Stand erreicht, der krasser ist als in the dotcom Bubble. Aber wird gut gehen, hätte immer gut gegangen. Aber das Interessante ist, wenn man sich das mal anschaut, seit Anfang März läuft der S&P 500 besser als der Nasdaq. Der S&P 500 hat gestern im Schwedenhandel nochmal ein neues Allzeithoch erreicht. Da ist der Nasdaq noch ein gutes Stück entfernt. Der Nasdaq 100 auch gestern. Der Nasdaq sogar der schwächste in Anführungszeichen der US-Indizes. Aber das ist schon auffallend, Tech ist nicht mehr so der Treiber der ganzen Geschichte. Hier sehen wir mal den S&P 500. Sven Hendrik mit der Bemerkung, die Märkte verhalten sich als hätte die Fed Quantitative Easing 5 geleakt. Es geht in dieser Wedge immer weiter nach oben. Das wird noch eine sehr, sehr interessante Phase. Während beim Nasdaq zu beobachten ist, beim Nasdaq 100 Tier Chart von Ron Walker, dass der aus seinem Aufwärtstrend eigentlich schon rausgefallen ist und permanent versucht dann wieder heranzulaufen, runter lässt man ihn noch nicht. Aber richtig rein in den Aufwärtstrend kommt er eben auch nicht. Abschließend, meine Damen und Herren, nochmal eine Untersuchung der Bundesbank, wenn wir nach Deutschland springen und produktives Deutschland. Jetzt rechnen sich viele Zombie-Unternehmen. Wir sehen ja, das Produktivitätswachstum sinkt immer weiter. Ein Grund dafür sind Zombie-Firmen, also Firmen, die überlebt haben, weil keine Insolvenzen mehr zugelassen wurden in Corona. Immer weniger Firmengründungen, immer weniger Geschäfte werden aufgegeben, auch wenn wir jetzt natürlich eine Insolvenzwelle sehen. Aber das ist einer der Faktoren, die zu dieser Schrumpfung der Produktivität geführt haben, wie die Bundesbank zeigt. Ist klar, wenn du als Arbeitnehmer bei einem Zombie-Unternehmen bist, das also faktisch kein Geld verdient, nicht sehr produktiv ist, aber eben auch nicht stirbt sofort, dann bleibst du bei diesem Unternehmen, würdest du deinen Job verlieren, würdest du vielleicht zu einem anderen Unternehmen gehen, das produktiver ist. Aber das passiert nicht. Also wir sehen hier die ersten klaren Auswirkungen der Nullzinspolitik der Notenbanken. Wie geht es weiter? Zinsen, was ist von der Fettssitzung zu erwarten? Der Cheromi Paul, wird er doffisch? Wird er sagen, wir senken die Zinsen? Lass die Inflation mal steigen, ist ja egal, ja? Jetzt schon von selber wieder weg, die Inflation, ja oder nein? Was da zu erwarten ist? Erste Empfehlung, meine Damen und Herren, als Artikel. Und die zweite Empfehlung, jetzt wollen die Deutschen auch ein bisschen mitmachen im Hype von die Kryptos. Deutsche Banken scharf auf Kryptohandel. Ihr Deutschen kauft Bitcoin und werdet Mitglied der Religionsgemeinschaft Bitcoin. Endlich seid ihr dann aufgenommen in dem Kreis. German Stupid Money fehlt noch, um das Ganze hier dann zu kompletieren. Also diese beiden Artikel, meine Damen und Herren, heute mit dem Video, weiß ich noch nicht, Marke flüstert, wir machen ja die Fettssitzung. Ich mache wahrscheinlich dann ein kurzes Video zur FED mit einer Ersteinschätzung, wie das zu verstehen ist, was uns die FED gesagt hat. Also diese beiden Artikel. Und heute Abend der FED, 19 Uhr und 19.30 Uhr. Servus, ciao.